Es war einmal ein Land, da lebten viele glückliche Menschen. Sie hatten genügend Wasser, die Felder gaben gute Erträge und überall blühte und grünte es. Nur in der Nähe des Schlosses, da gab es einen Fluss, der traurig vor sich hinfloss. Kein einziger Fisch schwamm darin, kein Vogel flog darüber hinweg. Links und rechts an seinen Ufern blühte nichts. Im Gegenteil, alle Blumen, Gräser und Bäume der Umgebung wirkten abgestorben, waren von einer salzigen Schicht überzogen. Und unter einem dieser Bäume hatte ein junger Mann Rast gemacht. Während er noch so da saß und sich über die Gegend wunderte, kam ein zweiter Bursche des Weges. Er bat den Ersten, sich zu ihm setzen zu dürfen, und schon bald waren sie in ein angeregtes Gespräch vertieft. Da tauchte ein Dritter auf. Hey, wer bist du und wohin willst du? Setz dich doch zu uns, wenn du magst, und nichts Böses im Schilde führst. Ach, ich danke euch für die Einladung. Ich bin ein Händler und auf dem Weg in die Hauptstadt. Und wer seid ihr? Der Händler erfuhr, dass der Erste ein Hirte und der Zweite ein Holzfäller war. Weiß einer von euch, warum es hier so unsagbar trostlos aussieht? Da erzählte der Hirte, dass im Schloss ein König lebte, dessen einzige Tochter ebenso schön wie traurig sei. Sie weine und weine und weine Tag und Nacht. Und ihre Tränen hätten diesen Fluss erschaffen. Und dieser zog nun salzig durchs Land. Der König selbst war darüber so unglücklich, dass er überall verkünden ließ, demjenigen seine Tochter zur Frau zu geben, der die Prinzessin zum Lachen bringe. Und das halbe Königreich, das versprach er auch noch obendrein. Und es seien schon Bewerber aus aller Welt dort gewesen. Sowohl Prinzen als auch einfache Handwerksburschen, Minister ebenso wie Tagelöhner. Sie alle hatten versucht, die Prinzessin durch allerhand Späße zum Lachen zu bringen. Aber nichts half. Sie lächelte nicht einmal. Sie weinte und weinte und weinte. Als der Hirte dies erzählt hatte, da schaute der Händler in die Runde. Was haltet ihr davon, wenn wir es einmal versuchen? Wir können ihr doch Geschichten erzählen. Also da, wo ich herkomme, da erzählt man sich viele schöne und auch lustige Geschichten. Hm, sagte der Hirte, ja, auch in meiner Gegend werden viele Märchen und Geschichten erzählt. Der Holzfäller stimmte ebenfalls zu. Ihr habt recht. Auch in meiner Familie, da haben wir schon seit Generationen Märchen und Geschichten erzählt. Gesagt, getan. So machten sich die drei auf den Weg zum Schloss. Und nachdem sie den Wachen am Tor ihr Anliegen vorgebracht hatten, wurden sie direkt vor den König geführt. Dieser schaute die drei Gesellen zweifelnd an. Ach, ich wünsche es mir sehr, aber ich glaube nicht, dass es euch gelingt. Es waren schon so viele vor euch da. Die Prinzessin hat nicht einmal gelächelt. Doch die drei schauten sehr zuversichtlich. Versuchen können wir es ja. Wir werden ihr jeder ein Märchen erzählen. Dann ließen die drei das Los entscheiden, in welcher Reihenfolge sie vor die Königstochter treten würden. Der Holzfäller machte den Anfang. Ach, und ganz ehrlich, auch mit ihren vom Weinen verquollenen Augen war die Prinzessin immer noch wunderschön. Der Holzfäller lächelte sie an. Dort, wo ich herkomme, da gibt es herrliche Märchen, die eure Tränen ganz bestimmt versiegen lassen. Königstochter blickte den Holzfäller wortlos an und begann nur noch lauter zu weinen. Aber dieser ließ sich nicht stören und begann sein Märchen zu erzählen. Es war einmal, und er erzählte und erzählte und erzählte. Und als er fartig war, da geschah etwas noch nie dagewesenes. Die Prinzessin hörte tatsächlich auf zu weinen. Oh, und der Holzfäller klatschte vor Freude in die Hände. Nun trat der Händler vor. Jetzt bin ich an der Reihe. Bei uns erzählt man sich ebenfalls schöne Märchen, werte Prinzessin. Wenn ihr nur eins davon gehört habt, dann werdet ihr ganz gewiss lächeln. Und er begann. Wisst ihr, damals, vor langer, langer Zeit. Und er erzählte und erzählte und erzählte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Danach verbeugte sich der Händler leicht und alle hielten die Luft an. Die Prinzessin lächelte. Wahr und wahrhaftig, das hatte es ja noch nie gegeben. Jetzt meldete sich schnell der Hirte zu Wort. Wartet, wartet, schöne Königstochter, mein Märchen wird euch ganz gewiss zum Lachen bringen. Denn in einem fernen Land, da lebte einst. Und der Hirte erzählte und erzählte und erzählte. Vielleicht erzählte er ein Märchen aus dem Kinderkanal, wer weiß. Denn er war noch nicht ganz fertig. Da hielt es die Prinzessin nicht länger aus. Sie lachte und lachte und lachte. Dabei klatschte sie vergnügt in die Hände und hüpfte ausgelassen um den Thron herum. Alle im Saal waren außer sich vor Freude, besonders der Hirte. Hurra! Ich bekomme die Prinzessin und das halbe Königreich dazu. Da schaute ihn der Händler verwundert an. Nee, nee, Moment, Moment, Moment. Da irrst du dich, mein Lieber. Du hättest die Prinzessin niemals zum Lachen gebracht, wenn sie nicht schon nach meinem Märchen gelächelt hätte. Ja, Moment, und was ist mit mir? Was wären ihr zwei ohne mein Märchen? Bei ihm hat die Prinzessin aufgehört zu weinen und das ist das Allerwichtigste, warf schließlich der Holzfäller ein. Da kratzte sich der König hinterm Ohr. Hm, das ist eine verzwickte Sache, was machen wir denn nun? Wie sollte man diesen Streit entscheiden? Ach, er überlegte hin und her. Er sprach mit einem Mal seine Tochter. Vater, ich möchte mir meinen Bräutigam gern selbst auswählen. Also, das war natürlich auch ein Vorschlag, ein sehr guter sogar. Der König war auf der Stelle einverstanden. Auch die drei Gesellen, der Holzfäller, der Händler und der Hirte, hatten nichts dagegen einzuwenden. Und so schaute die Prinzessin lächelnd in die Runde. Ich nehme den Hirten. Was? Wieso? Wieso ausgerechnet den Hirten? Der Händler, der Holzfäller und auch der König wunderten sich. Da lachte die Prinzessin wieder. Wieso? Nun, weil er mir am besten gefällt. Und ganz ehrlich, dagegen ist ja nun wirklich nichts zu sagen. Und so hielten am Ende der Hirte und die schöne Prinzessin Hochzeit. Och, es war ein rauschendes Fest über mehrere Tage und Nächte. Der Händler und der Holzfäller feierten fröhlich mit. Am Ende wurden sie reich belohnt und machten sich wieder auf den Weg in die Welt. Und wer weiß, vielleicht haben sie ja irgendwann und irgendwo eine andere Prinzessin gefunden, die sie zum Lachen bringen konnte. Ich wünsche es ihnen. Jeden. 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 Jeden ein. Untertitelung des ZDF, 2020